Ja, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Wir freuen uns über eine, zwar nicht vollständig überraschend, schön große Menge, aber wir wussten nicht so recht, was auf uns zukommt, weil wir heute über verschiedenste Plattformen eingeladen haben und auch über verschiedenste Gruppen. Aber dazu wird die Caro gleich noch ein bisschen mehr sagen. Ich gratuliere euch erstmal, weil ihr es geschafft habt, uns zu finden. Das unterscheidet euch schon mal von vielleicht zwei, drei anderen Leuten, die noch gerade durchs Forum irren hier. Luisen Forum bringt immer so eine Herausforderung auch mit sich. Ihr seid jetzt hier bei Cybert Media in einem Softwareentwicklungshaus, kann man sagen. Wir entwickeln hier im fünften Stock, deswegen sieht man hier auch keine großen Büroflächen ansonsten, sondern im fünften Stock hier und in der Kirchgasse 2 entwickeln wir mit rund 140 Leuten Softwareanwendungen mit einem Schwerpunkt darauf, Zusammenarbeit in Organisationen und in Teams zu verbessern und zu unterstützen. Servus. Die letzten Drudeln noch ein. Ich muss auch sagen, wir haben es selten, dass alle so pünktlich da sind, wie das heute funktioniert hat irgendwie. Es kommen noch ein paar wahrscheinlich. Es kommen wahrscheinlich auch noch ein paar, die dann um halb irgendwie so eindrudeln. Aber ja, also herzlich willkommen. Warum wir uns jetzt gerade mit Design Sprints dann beschäftigen, hier im Softwareunternehmen, da wird die Caro noch was zu sagen. Genau, also wir hatten, Paul und ich, wir hatten tatsächlich im März die Idee, hier einen Design Sprint durchzuführen mit einem Entwicklungsteam bei uns. Haben das dann auch relativ kurzfristig geplant, irgendwie auch durchgeführt und gemerkt, also vieles lief gut, einiges lief auch nicht so gut. Also wir haben sehr, sehr, sehr viel gelernt und hatten danach die Idee, lass uns doch mal ein paar Leute einladen, die das auch praktizieren, die vielleicht auch schon ein bisschen mehr Erfahrung damit haben, wie wir. Und dann haben wir halt gesagt, ja, dafür ist halt super geeignet, das Design Thinking Meetup, was ich unter anderem mitorganisiere. Und die Startup-Gruppe und Agile User Group an meinen, das passt ja alles total gut zusammen und lass uns die alle mal zusammenbringen an so einem Abend. Ja, und man sieht, sind einige da. Vielleicht können wir ganz kurz die Hand heben. Wer ist vom Design Thinking Meetup jetzt anwesend? Und ein paar habe ich schon gesehen. Und die Agile User Group? Ein bisschen mehr. Lean Startup? Ui. Keiner vom Lean Startup Circle hier. Der Paul. Da müssen wir mal was tun. Also ich zumindest, ja. Ja, genau. So ist das Ganze hier entstanden. Und dann haben wir diverse Speaker gefragt. Der Benno ist da, der Daniel von Atos mit Kollegen. Wir warten noch auf den Boris von SAP. Genau, der ist wahrscheinlich in den Berufsverkehr reingekommen. Aber von der Abfolge her passt das ganz gut, weil er ist als dritter Speaker heute Abend geplant. Insofern schauen wir, dass wir das Ganze noch organisiert bekommen. Genau. Wir haben uns letztendlich in der Vorbereitung des Sprints. Ich weiß nicht, wer von euch kennt das Buch Sprint? Oder hat er irgendwie schon von gehört zumindest? Okay. Da ist das Vorgehen von Google Ventures nämlich beschrieben. Dazu wird Benno ja auch noch ein bisschen mehr sagen. Aber wir haben uns einfach im Vorfeld des Themas einfach auch viel damit beschäftigt. Wir hatten da überhaupt schon Erfahrungen mit gesammelt oder nicht. Und es war eher so eine Handvoll Leute, auf die wir getroffen sind. Und haben gesagt, bringen wir die doch mal zusammen und schauen mal da ein bisschen Erfahrungsaustausch einfach mit reinzubringen. Und was da rauskommt, das wissen wir selbst noch nicht. Aber wir freuen uns auf jeden Fall auf drei spannende Vorträge. In Kombination auch noch mit ausführlicher Diskussion. Das heißt, wir haben uns so gedacht, dass wir bei den Vorträgen erstmal primär Verständnisfragen eben auch klären. Also wenn ihr zwischendrin irgendwie Unsicherheiten habt, dann könnt ihr da gerne nachfragen. Und am Ende wollen wir noch ein bisschen ausführlicher dann in die Diskussion reingehen. Und da können wir auch mal gerne mit euch zusammen überlegen, wie ihr das bei euch aufziehen könntet. Was man da so beachten sollte. Genau. Ich glaube, das reicht, oder? Als Info vorab. Und dann, genau, vielleicht noch kurz für die, die vorhin das noch nicht mitbekommen haben. Wir haben hier Getränke in den Kühlschränken. Also einmal hier vorne links, da wo Benno steht. Und dann einmal da geradeaus durch auch noch. Und Toiletten sind hier vorne. Das ist einfach nochmal so als organisatorische Rahmenbedingungen. WLAN-Key steht da hinten unter anderem auf so einem Aufsteller. Und wir stellen den auch noch hier vorne drauf. Und genau. Damit übergeben wir an den Benno. Und wünschen euch einen wunderschönen Abend. Danke euch. Applaus Vielen Dank.